Ganz dunkel. Toll. Huuuuh! So, und herzlich willkommen zu Araya. Das ist ein kommendes Indie-Horror-Game. Kommende Woche raus. Erstmal danke an die Entwickler. Die haben mir den Key zur Demo gegeben. Spielt ihr in einem Krankenhaus? Mhm. Super für Horror-Spiel. Ich denke nur an 4. Ja. Silent Hill. Jetzt haben wir Araya. Das Spiel hat übrigens VR-Unterstützung. Also, was ich so gesehen habe, Oculus Rift. Ich hab's mit der HTC Vive zum Laufen gebracht. Mit dem Revive-Mod. Aber ne, keine Chance. Hauptmenü läuft echt stottert ab. Sieht's ja ja. Das waren 10 Bilder oder so. Im Spiel selber hab ich schon meine normale Framerate. Aber, wenn ich mich zu weit nach hinten lehne, dann sehe ich die Kopf vom Hauptcharakter. Also, das ist noch nicht optimiert für die Vive. Es soll ja auch, äh, was war's? Anfang des kommenden Jahres Vive-Unterstützung geben. Okay. Krankenhaus. Okay. Wir sind zwei Schritte gegangen. Spiel gespeichert. Das war so anstrengend. Die zwei Schritte, ja, müssen sofort gespeichert werden. Oh, neues Gewitter. Linke Maustaste, um Gegenstand aufzuheben. Keine Ahnung, wo es da steht. Ah, okay. Ich kaufe mir ein Getränk. Bin gleich wieder da. Und er war nie mehr gesehen. Das Getränk war sein letztes. Ha, vielleicht war's ein Bloody Mary. Der war schlecht. Ja, ich weiß. Was ist das da? Irgend so ein Ding. Ein Amulett. Okay. Schön zu wissen. Ein Amulett. Hallo? Das war der Hello Neighbor Sound von der Tür. Ist der Nachbar drin? Ach, schade. Ja, bringt ja nichts, wenn ich den Kopf so drehe. Ich spiel's ja nicht im VR. Was steht da? Push or Pull. Ah, nice. Die Mechanik, dass mir die Tür auch so aufzumangen kann. Was blinkt hier? Ein Zeitungsartikel. Was sagt das? Fünf Leute brutal ermordet wurden. In einer schrecklichen Tragödie. Hä? Was? 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 Hä? Hallo? Aus mir raus. Ganz dunkel. Toll. Huh! Nein! Nein! Bin beschäftigt. Ja, bin beschäftigt. So. Himmel! Was denn? Puh! Ach so. Puh! Nette Atmosphäre. Mhm. Ach so, denn nette Atmosphäre. Schau. Schau. Finde raus, woher die Stimme kommt. Muss ich? Ich muck nicht. Was war das? Natürlich die Tür geht auf. Verlassenes Krankenhaus. Kenne ich irgendwo her. Krankenhäuser sind eh schrecklich. Mhm. Eigentlich perfekt für Horror-Spiele. Ja. 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 Nicht von irgendjemanden oder irgendeiner, weißt. Schön. Ich will gleich die ganze Zeit gerade, warum ich eigentlich viel erwähnt habe. Das hat kein, oder? Ich, wer es weiß, mir bitte in die Kommentare schreiben. Ich kann mich gerade echt nicht mehr erinnern. Hä? Ey. Geht auf. Nein. 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 Ich bin sicher. In einem Aufzug ist man immer sicher. Said no one ever. Wer? Ja, ja. Nein! Hallo? Okay. Safe. Eine gute Atmosphäre. Okay. Kröchen. Das ist gut. Typische Steuerung. Wer spielt hier mit einem Ball? Tret den weg. Ich kann drauf stehen. Ich kann drauf knien. Aber ich kann den nicht wegtreten. Schade. Hätte gern weggetreten. Schwer. Game saved. Haben wir so alles. Okay, ich kann dich nicht verstehen. Nicht meine Sprache. Die eine ist, wenn man nicht auftaucht. Also, wo wir gehört haben. Boah, was war das für eine Ferrari-Schwindigkeit? Hey. Dich, Mock-Corner. Ne? Deswegen wirst du hier allein bleiben. In alle Ewigkeit. Aber es sieht echt nice aus. Atmosphäre baut sich langsam auf. Was ich... Selbe Grüße. Nein! Hä? Was? Hier? Ne. Ne. Irgendwas? Ach, da vorne! Wer ist da? Ich bereue es. Ich bereue es. Äh, warte mal. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, was da wieder steht. Exit oder irgendwas. Oder irgendwo da hingeht's. Also, da ist zu. Also, wieder ganz zurück, oder was? Weil du hier... Weil du hier... Auf, 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 auf. Oh, Mann, 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 Mann. Huch, ist nicht schnell. Also, die Atmosphäre ist Neues. Na, gar nicht richtig, glaubt's. Ich hoffe. Nein, 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 nein. Wohl, wusste ich nur, dass sowas jetzt kommt. Aber nett. Kapitel 1. Marisa. There were so many stories of ghosts inhabiting this hospital. Because of those stories, the hospital was forced to close down temporarily. However, there are still some strange rumours coming from people who passed by there. They said they saw mysterious shadows and even heard horrifying screams. Some of them even said that the local junkies gathered in that place, but that's just what I've heard. The last time I saw Arya, who was here, years ago, that day, she mysteriously disappeared. But then, the other day, I received a message from Arya saying she was at the hospital. Okay, ich glaube, ich habe den Namen falsch aussprochen. Mhm. Das wird ein richtig nettes Spiel. Ich habe schon einmal falsch ausgesprochen. Mhm. 24.11. Ja, das wird nett. Komm in der Woche. Ich hoffe echt, dass das mit der Vive in der Vollversion funktioniert. Das wäre richtig geil. Aber die Demo hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Mhm. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, haut mir ein Like auf das Video. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre ich geil, wenn ihr mich abonniert. Richtig geile Sache. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Musik 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 Musik